Hi Leute, wir sind hier gerade in Krefeld am drehen und zwar drehen wir einen kleinen Trailer für das Vigo Zone School Dance Battle, was am 14.4. in Düsseldorf und 21.4. in Hamburg stattfinden wird. Und ja, wir sind hier mit dem Lahm, der gerade ein bisschen rumdancet. Tommy nimmt auf und wir haben den Juh hier. Sag mal hi. Hallo. Und ja, das Video kommt am 19.3. raus. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und ja, das war's. Vigo Sound. Powered by AOK Rheinland-Hamburg.